Mein Name ist Daniel Schütz und auch ich bin dabei bei der Trading Tour 2016 von ActiveTrades. Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, darf ich mich ganz kurz vorstellen. Ich bin DayTrader, ich bin Investor und ich bin zertifizierter Technische Analyst und als solcher bin ich Regional Manager der VTRD in Stuttgart, der Vereinigung Technische Analysten Deutschlands e.V. Mein Thema, das ich Ihnen mitgebracht habe für die Trading Tour 2016 ist ein ganz spannendes und zwar es geht um Trading für Einsteiger. Ein ganz spannendes Thema rund um den Einstieg in die Finanzmärkte. Wir werden uns anschauen, was sind denn die Voraussetzungen, die ich überhaupt benötige, um an den Finanzmärkten durchstarten zu können. Was unterscheidet den Erfolgreichen von dem nicht so ganz erfolgreichen Trader? Und dann möchte ich mit Ihnen zusammen erarbeiten, was denn die Bausteine sind, was die Voraussetzungen sind, was die nächsten Schritte sind, die Sie unternehmen müssen, um an der Börse durchstarten zu können. All dies auf der Trading Tour 2016. Mehr Informationen und die Anmeldungen finden Sie auf der Homepage von ActiveTrades. Ich freue mich schon jetzt, Sie persönlich auf der Trading Tour begrüßen zu dürfen und bis dahin, always happy trading, Ihr Daniel Schütz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.